Ihr Menschen von heute, legt eure Zukunft ins Eingesicht! Macht euch bereit, die Menschen der Zukunft zu entfangen! Macht euch bereit, die Menschen der Zukunft zu entfangen! Ein solches Wesen existiert bereits! Ich habe es geschafft! Es ist hier, vor euch! Eine neue Schöpfung! Ein solches Wesen existiert bereits! Ich habe es geschafft! Es ist hier, vor euch! Ich habe es geschafft! Ich sehe das Gedicht der Zukunft! Eine neue Schriftform! Ein neuer Beginn für die Menschheit! Wir Menschen von heute, legt eure Zukunft ins Eingesicht! 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 2, 3, 5... 2, 4, 5... 4, 5, 5... 2, 5, 6... 1, 2, 3, 5... Eine neue Schöpfung, ein neuer Beginn für die Menschheit. Ihr Menschen von heute, macht euch bereit, die Menschen der Zukunft zu entfangen. Bringt eure Zukunft in ein Gewicht. Sie sehen das Gesicht der Zukunft. Uno, dos, tres, cuatro. Eine neue Schöpfung, ein solches Wies existierter. Nein, ich habe es geschafft. Es ist hier, vor allem. Wir sehen das Gesicht der Zukunft. Eine neue Schöpfung, ein neuer Beginn für die Menschheit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020